Aroville, Südost-Innen. Jeden Morgen zum Sonnenaufgang bot sich mir dieses Bild. Die Anwohner aus dem nahegelegenen Dorf verrichteten in aller Ruhe ihr Geschäft direkt am Strand vor meiner Hütte. Ein Kingfischer mit seinem blauen Gefieder. Hier in Aroville habe ich drei Monate als Homöopathie-Doktor arbeitet und danach das große Land bereist. Das ist meine Anfield Bullet, mit der ich viel Spaß aber leider auch ständig Probleme hatte. Ich fahr jetzt mal nach Pondicherry, das ist die nächstgrößere Stadt. Man wird sehen, nicht nur der Linksverkehr war gewöhnungsbedürftig. Die Anwohner sind die Anwohner. Ich fahr jetzt mal nach Pondicherry, das ist die Anwohner. Ich fahr jetzt mal nach Pondicherry, das ist die Anwohner. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018